Das interessiert mich, dass ich irgendwie über meinen Körper lernen kann, wie das funktioniert mit dem Herz, Krankheiten, wie man das behandelt, wie kann man auch mit psychischen Krankheiten umgehen. Deswegen ist es für mich die Pflege. Das ist ein sehr tolles, also ein sehr guter Beruf, der Menschen helfen kann. Ich genieße dieses Gefühl.